Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Morgen. Wie weit sind Sie im Archiv? Es tut mir leid, ich bin Ihnen leider auch nicht dazu gekommen. Zu viel Ablenkung? Und man weiß so viel, lange ich für das europäische Dosenzahn kämpfe. Zehn Jahre. Morgen Nachmittag kommt Gerhard. Nie, du musst morgen in Berlin sein. Ich fäng mich doch da nicht umsonst rein. Verstand der Scheiße. Du bist ein ganz, ganz schlimmer Junge. Uuuuh. Kein Glück bei Frauen. Ehrlich? Ich kann nicht leben ohne dich. Deswegen liebe ich dich auch so, kleiner Bruder. Ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich! Ich heize Handels und ich bin sechssüchtig. Du meinst, du und der Hund? Ach, Schöner. Du hast mir was zu essen gemacht. Du, die Feinde! Und was unterrichtest du da eigentlich genau? Fünf Stunden? Ich hab das nie genau kapiert. Ficki, ficki, was denn sonst? Na? Was machst denn du hier? Kann ich kurz reinkommen? Nee, das geht nicht. Wir schlafen noch. Unser Sohn beantwortet derzeit Fragen nur, wenn man sie schriftlich an ihn richtet. Ach. Nimmst mir einen Aschenbecher mit? Die Franzosen haben uns geschluckt. Was finden wir jetzt los? Müssen wir dann das Haus verkaufen? Sagen Sie, führen Sie auch Landschaften? Was macht eigentlich Ihre Frau? Die führt eine Galerie. Ich könnte Ihnen einen ejakulierenden Acrylverlust anbieten. Mich hat er sehr berührt, wie der seine Einsamkeit und seine Sprachlosigkeit thematisiert hat. Er hat sich leere Zettel an den Arsch getackert. Er ist einfach nur bescheuert. Linus, hast du den Michelangelo gesprengt? Nein. Ah, ist sie das? Ist das die leidende Nachbarschlampe? Lassen Sie mich mit dem Psychoscheiß in Ruhe, okay? Und, Charles? Wie läuft's beim Bund? Alles Bestes. Das ist die Leidende Nachbarschlampe. Wishing that reality is more Warum antwortest du nicht, wenn ich mit dir rede? Können Sie nicht anklopfen? Ich hätte ja auch nackt sein können. Siki Müller Ich hörte, Sie werden diese Woche entpassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Also ich stand da noch nicht. Wieso vergribst du das Schiffsgeld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche einen Heizungsgeller und grabe mich rein ans Geld. Eine super Lösung. Universal-Schlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Ich arbeite ja morgen, Ausliffslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan, können wir uns nochmal treffen, ein bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Wir sind in einem Brot-Aber. Ich hab nacktmännliche Angehend. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Die Selvester! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Oh mein Gott, das ist kundig! Ey, das ist Pipki! Das geht vielleicht nie wieder raus! Ich will die Natter! Mach deinen Job. Ich kann Frau Gershoff sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machen. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Und gehen wir hin lang? Gehen Fantasia lang? Boah, bitte nicht wieder KZ. Lasse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ey, bitte nicht aufwecken, Hermanna, bitte. Dann müsstest du rüber in die Theater, Agi. Ja, okay, Mann. Aber lassen die die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia, du vorzüchst, wir ficken! Zack, zack, zeig mal Mabse! Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal! Ja? Heu leise! Fuck you, Goethe! Weiter rechts. Wir machen jetzt! Ja! Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur wenn Sie wollen. Deutschland, ich liebe dich! Gehen Sie das den Weg! Darf man das? Man darf nicht nur, man muss. Ist das schön. In der Schweiz sind über 100'000 Kinder verdingt worden. wie geht's also? Ja, die sind ja nicht. Wir machen jetzt einen sogenannten Türen auf! Aaaaaah! Wir reisen nicht zusammen! Mama! Man hat uns viel als billige Arbeitskräfte benutzt. Grüß Gott, Herr Pfarrer! Die schauen aber auch, dass er etwas länger herrnimmt. Mit Gott, es hilft uns sogar. Ich habe mich so gefreut, in eine richtige Familie zu kommen. Aber es ist dann ganz anders herausgekommen. Hey Max! Wie viele von dir so zähle deine Mutter auf die Welt stehen? Du weißt ja nicht recht, du bist. Du kannst gleich wieder dritzen. Ich weiss nicht, was ich gemacht habe, ohne meine Musik. Und ohne zu beerten. Max, du musst keine Angst haben. Ihr habt keine Ahnung, wie es ihr zu und her geht. Alle haben es gewusst. Aber die meisten haben weggeschaut. Ich frisse den Deck nicht mehr! Uah! Komm an! Stopp! Hör auf! Ich will mich nicht mehr. Warum? Weil du für mich da bist. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.